sein ja die blauen ld schuhe 20 und 21 sind bei der roboter kann sein hat die sie unterscheiden ach so ok weil sie der foto sehen die gleiche aus deswegen oder ach der mick puff er grüßt euch ich habe ich habe schon gesagt so alle die mich privat angerufen haben weil meine nummer am würfelpark herumgeht habe ich schon gesagt die soll leitstelle anrufen ja dann übernimm du die leitstelle eben ja oder oder chillt einfach ist nicht schlimm ist alles nicht schlimm wir kommen gleich wieder bitte wir kommen gleich wieder wer ist denn der weiß ich nicht der stand da mich nicht hallo kann man ihnen helfen ja ich wollte noch was kaufen wenn es möglich wäre ja aber nicht hier leider ok da hat alles über die leitstelle vorher wurde ich ja bestellt deswegen ach so ja dann von wem von der leitstelle von muffin wurde ich vorhin ja bestellt da habe ich mir die hemden gekauft ich gerade an habe deswegen dachte ich ja der steht da im weißen t-shirt dann fragen sie den ok alles klar das sieht nun mal vom fischer Äh, äh. It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me. Ach, stimmt, hier, Dingens, Dingenskirchen. Dingens, Dingenskirchen. Fotografier mal bitte deinen Ausweis. Einen Ausweis? Ja, den brauchen wir gleich, weil der Fischer kümmert sich wegen dem Haus. Fotografier deinen Ausweis mal. Aha. Und wir brauchen gleich das Dokument von dem Verwahrdings, von dem Haus. Äh, das, was ich da abgegeben habe? Genau. Hallo, ihr wunderschönen süßen Menschen, ich möchte mein Internet testen. Was it me. Und Schnapper, danke schön für den Prime 45. Kursus, steht immer noch nach Kekospei. Stimmt nicht. Und Bucky, danke schön für fünf gifte Zaps. Ich hoffe, euch ein geht's gut. Wir haben echt nur die Zeit gefunden, da zu testen. Was it me. Ich weiß, heute ist eigentlich frei, aber ich will ein bisschen entspannen mit euch. Und Mila ist auch wieder da. Alles hat super funktioniert. Obwohl ich heute Mittag fast nur Nervenzusammenbruch hatte. Bisher sieht Internet ganz gut aus. It wasn't me. Me. Okay. It wasn't me. Wasn't me. It wasn't me. Wasn't me. It wasn't me. Guckt euch mal einer, die Idioten an, steht den ganzen Tag im Kreis, anstatt was zu unternehmen. Loser. It wasn't me. It wasn't me. Hast du fotografiert? Ja. Mach das mal ready für Bluetooth. Ja, hab schon. Okay. Dann schreibt dir mal eben die Nummer von Fischer auf. Äh, ja, warte, warte, warte. Ein nach, ein andern. Okay? Ein nach, ein andern. Immer schön drei nach. Ja, ja. So, mach ich hin. Was geht ab, Simba? Guten Abend wünsche ich allen. Ach so. Also, die Nummer jetzt auch schon mal nicht. Äh, ne, hab die doch noch gar nicht. Ja, du musst immer Bescheid sagen. Ja, so. Fischer. Fischer. 6101. 6101. 259. Sagst du, wir haben, wir haben seinen Crop-Top für seine Frau. Oh Gott. So. Damals zu unserer Zeit, Grab sobald auch nicht. Hi. Lass tanken. Hallo, Herr Fischer. Ich bin hier die Mila von Kikoware. Und ich habe ihren, ihren, äh, ihr Oberteil. Und auch mein Ausweis. Ähm, wolltest du nicht, wo wollen sie sich denn treffen? West-Eis. Ich bin bei einer Tankstelle. Ja, wir können überall hinkommen. Bei einer Tankstelle, bei der, äh, Schausseis. Hallo, Munzeis. Da, in der Nähe von, die Apotheke. Beim alten Cody. Beim alten Cody. Ähm, ja, da ist auch irgendwo. Der Flug ist fertig. Ist alles da. Aber die Leute bestellen über, über die, über die, okay, bis gleich. Leitstelle. Ich glaube, der kommt zur falschen Tankstelle. Kommt der hier hin? Der hat gesagt, der kommt zur Tankstelle näher Stipkub. Aber, hat der gesagt, aber der ist eigentlich weiter weg. Aber da hinterm Stipkub ist noch eine Tankstelle. Und da kommt der bestimmt hin. Wette, weil der ist alt und versteht nicht. Oh, Telefon, ja, Russland. Was geht ab? Geht ab, Stress, Stress, Stress. Ja, glaube ich. Darf ich bei dir bestellen, oder muss ich auf die Leitstelle? Nur bei Leitstelle gerade. Okay, alles klar. Aber Katalog ist da, ne? Kein Ding. Ja, ja, haben wir gesehen. Wir haben auch schon einiges aufgeschrieben. Ja, okay. Dann haben wir später. Wenn Leitstelle nicht rangeht, ist es gerade überlastet. Naja, ich merke schon. Ja, das ist, das tut gerade alles aus. Alles klar. Wenn nicht, ruhig gleich nochmal an. Bis gleich. Jo. Ja, wo kommt der jetzt hin? Ja, zu einem Tanksteller. Ja, zu einem Tanksteller. Da vorne die? Ich glaube schon. Komm, Hette! Mateja. Boah, ich kann nicht mehr. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Was ist denn mit dir passiert? Äh, ich fahr heute mit Dörpenstreifen an. Zur Überraschung habe ich mich heute. Ja, ja. Hier ist ein paar Rücke. Oh Gott, wie sieht der Mila aus? Warum? Da kennt man gar nicht wieder. Ja, so, anders. Mit Turnbeutel. Haben Sie schon mal das Schild da gesehen? Family Dental da oben? Nee. Links von Ihnen? Mila? Family Dental. Ja, wohin rennen Sie jetzt? Wir werden näher dran. Wir werden das Schild angucken. Lesen. Achso. Sie sollten sich doch noch um 90 Grad drehen. Jetzt weiß ich aber, was Sie meinen, Herr Fischer. So, Herr Ohr, wie sehen Sie denn aus, Herr Fischer? Hallo, ja, ich hab mich angepasst meinem Kollegen hier heute. Ich bin, ich, wir spielen heute Vater, Sohn. Ja. Oh, cool. Ich brauch neun. Du bist mein Daddy jetzt, wo ich da Temp trage. Ach, Bruder, so viel, also. Aber, ja, warte, doch, das geht. Ich muss so langärmlich tragen und Handschuhe, dann fällt das nicht auf. Ich hab hier irgendwo gefunden. Aber mein Friseur, der hat auch so eine Maskerade. Mein Ausweis und hier ist das Dokument. Ja, kurz den Ausweis, Vorsicht. Was ich, was ich, ich hab das abgedacht. Die hat den Ausweis schon abfotografiert. Oh, perfekt. Ja. Ja, Mila hat wieder Internet. Haben wir, haben wir geregelt, Alter, mit Twitter-Kollektions. Ehe, und das Dokument? Kommt. Da. Wer, die Mütze sind ja auch was für Chloe. Die kannst du so kaufen. Oh, so ne französische, ne? Die kannst du im Binko kaufen, ja. Echt, kann man so kaufen? Ja. Echt? Ja, ja. Noch nie gesehen sonst. So, und habt ihr da ne schriftliche Absage schon bekommen? Und welche Begründung war das? Telefonische Absage haben wir schon. Wir haben gesagt, ähm, dass es abgelehnt ist. Es wurde abgelehnt, weil, nämlich da ein Auto vorstand. Das haben wir aber da vorgestellt, weil da Leute immer gepackt haben. Da stand da nur ein Angleres-Auto. Echt? Ja. Pass auf, ich kann Gefallen einfordern, aber diese Gefallen kosten wieder was für mich, ne? Dann sollen sie einfach mal Hintergedanken haben. Mhm. Und dann kriegen wir das... Ach, ich kann mit dieser Frise so so ne Gespräche nicht halten, Alter. Wie machst du das den ganzen Tag zu erfahren? Ich hab mich dran gewöhnt. Okay. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du uns hilfst, dann helfen wir die nächste. Ja, ja. Gehen wir schon hin. Ich weiß sowieso alles. Ja, aber ich würde meine Frau gerne, denn, also hier, warte, 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 ich hab gar nicht auf den Preis geachtet, was ich teuer da bin. 70.000, Krupp, topp. 40.000 nur? 70.000 nur? Wie nur? Ja. Boah, ich dachte 500.000 waren das. Was? Hab mich verlesen. Ich meine, die Leute in Los Santos sind reich, ne? Aber wir haben auch schon sehr viele Kommentare bekommen mit, so viel geb ich nicht aus, wenn ein T-Shirt. Und am Ende kommen sie trotzdem. Also Real Talk, wenn ich den ganzen Tag heute rumfahre und es ist noch nicht mal richtig losgegangen anscheinend bei euch, ich seh nur die neuen Klamotten. Ja, klar, die Leitstelle ist sogar richtig am Glühen. Ja. So, also ich glaube, und solange sie am Glühen ist, kann man ja überall, kannst du ja, aber jetzt habt ihr eure Preise. Ja, das ist ja, das ist... Ja, ist gut. Ja, Jack, die sind am Lager unten. Hallo? Hm, ja, dann Rechnung oder wie würdest du das machen? Rechnung, immer Rechnung. Wegen Finanzamt. Ja, genau. Jack, hallo? Telefon kaputt? Kann ich Karte zahlen, ne? Ja. Ja, Caro. Oh mein Gott, Telefon. Bitte schön. Ja, nee, du mir, Mila. Nee. Hallo. Hallo? Ähm, habt ihr irgendwie ge... Brauchst du rauskommen, dass ihr Laden auf habt? Nein. Ihr stehen... Ja, das... Hier stehen 100 Kunden vom Laden. Ja, ich komm gleich vorbei. Eigentlich dürfte... Fischer, wir brauchen Hilfe am Kika-Wear-Laden. Ähm, ja. Nein, da ist eine Menschenmenge. Du musst... Du musst ja irgendwie so betenken. Ja, ich bin auch schon mal streichen bei dem Kika-Wear-Laden in der US-Zeit, wenn man eine gewisse Menschen aufkommt, was zu Verletzten schon geführt hat. Das Ding ist, wir verkaufen nur, und das steht auch auf im Shop drin, wir verkaufen nur über Leitstelle gerade. Ja, ich weiß. Ja, ich bin aber schon mal, der Fischer hat schon Polizeistreifen eingeschickt. Ja, ja, ja. Oh, da kommen noch nicht richtig viele jetzt. Ja, aber ich weiß es nicht. Plus, Marley. Habe ich das Oberteil? Äh, Körnitz? Ja, was? Hallo, das Oberteil musst du doch geben. Das habe ich dir gerade in deinen Rucksack getan. Ach so, ja, gut, das muss mir auch mal gesagt werden, ne? Die merkst du nicht, wenn ich dann dir rumfummel. Mit deinem Beep-Händen merke ich das nicht. Deswegen fülle ich meine Alter auch immer ab. Ich stehe da drauf, wenn die das nicht merkt. Oh mein Gott, Alter. So, das habe ich schon mit deinem E-Mail. Oh, danke schön. Ja, wir müssen ganz schnell zum Laden nehmen. Ja, wir kommen da eben auch einfach hin und gucken, wie die Leute machen. Also, der Jacket-Bilder sind 100 Leute. Ah, okay. 100 Leute schon? Okay. Ja, okay. Wenn Sie anfangen, fahren Sie bitte langsam an. Da sollten schon über 100 Leute nehmen. Auf geht's! Ich hoffe, dass der gelogen hat. Was? Ich hoffe, dass der gelogen hat. Ja, ich auch. Wo ist er? Dankeschön für den Prime-Track. Ansonsten müssen wir uns Wasser einfallen lassen. Äh, so ein Auto, so mit Feuerwehr, wo, dann werden die mit kaltes Wasser abgespitzt. Weißt du? Ja. Oh, ich hoffe, dass der gelogen hat. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh. Nicht gut. Oh mein Gott. Nicht gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, gar nicht gut. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Oh scheiße. Ah, scheiße. Was ist die hier los, oder? Oh mein Gott. Können wir ein Mitarbeiter-Packpacks machen? Ach, du fühlst mir nicht, noiner. Oh mein Bauch Oh mein Bauch Ja wir brauchen unbedingt Hier stehen über 100 Leute am Laden Ja ich bin gerade schon auf dem Weg Mir geht auf einmal gar nicht Welchen? Unseren Ladenladen oder unten? Ladenladen Heißt du soll ich da hinkommen oder wie machen wir das? Ja die Bullen sind doch hier wir müssen das auflösen Wir müssen sagen Leitstelle gerade nur Ach Junge als ob Mach keinen Scheiß Ja ich komm da gleich hin Ach du Scheiße Okay Frau ich bin nicht die die ganze Zeit auf der Anmeldestelle Dass die da parken sollen Dann rüber laufen sollen Hey Bruder was machen sagten Ja müssen wir geht nicht anders Die müssen drüben bei der Verwahrstelle fahren Das Ding ist wir verkaufen gerade gar nicht im Laden Weil das gar nicht handelbar ist mit dem Lager Nur über die Leitstelle Oh mein Gott Ja den sagt ihn das an dann löst sich das vielleicht aus oder so Und das zum Thema dann zu teuer ist So viel zum Thema zu teuer Oh mein Gott Oh Gott Äh ja Das hat sich ja schnell rumgesprochen Ja warte Äh Dings Die Leute haben Rufe jetzt immer Leitstelle an bestellen was Und deswegen haben sie die nach hier geschickt Dass sie das hier jetzt verteilen Die haben jetzt Die Klamotten schon dabei Da müssen wir unbedingt gucken Dass die Ordnung ist Alter ohne Witz Also mal kurze Frage Hallo Hier vor Ort bekomme ich Geklamotten nicht Also ohne Vorbestimmung nicht Sehr verehrte Damen und Herren Weil es nicht möglich wäre Ihre Fahrzeuge mal eben zur Anmeldestelle zu fahren Wären wir ihn sehr verbunden Ist es möglich, dass ich jetzt kurz eins bestellen könnte Und es dann morgen oder so holen Nur über die Leitstelle Ist hier aufgrund der Luftverschmutzung Schon zu Lugenschäden gekommen Das hat noch bekommen Schon auch gar nicht oder Äh wir versuchen so schnell wie möglich alles zu holen Okay alles klar Aber die Leitstelle ist halt nur bewegt Ja die ist die ganze Zeit Aber wir sind schon seit einer Ewigkeit Und ich bin eigentlich bloß ein T-Shirt Ja das geht glaube ich vielmals so Ja Joffrey Jones Wo ist hier ein Joffrey Jones Joffrey Jones Joffrey Jones Ich glaub der ist nicht da Ich mach mal glaube ich Durchsage Dings Dass alle Leute die Nix bestellt haben Ey Joffrey Jones bist du hier Wenn nicht rass dich aus Oh oh Keiner da Da ist anscheinend keiner da Dann nimm den nächsten Aki Gama Lee Ey Ja ich bin hier Biti Hallo Ja Ich fahr mit Mila zum Lagern Er ruft mich an Das muss so schnell wie möglich hier aufgelöst werden So SMS Ding Ja 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 Oder die Taxen Wenn Shuttle nicht da ist Dann setzen wir einfach drei Taxe hin und her bestellen Die sollen dann aufschreiben Ja die Kosten übernehmen wir dann vom Firmenkonto ne Dein Deals Dein Deals Ja Ob ich das jetzt mach oder ja Das ist Rein hier in den Laden Ja ich muss zum Lager Das wär nett wenn du das mit händeln könntest Ah ok Ok dankeschön Dankeschön Komm wieder schnell Ja Na Taxi Oh mein Gott Oh mein Gott Wow Mehr kann ich dazu nicht sagen Außer Wow 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 Oh mein Gott Alter Wir müssen gleich die Pizza Lieferservistaschen benutzen dafür Wir brauchen unsere Pizza wie möglich Hallo Warme Kleidung Warme Kleidung Warme Kleidung Wie will Wow Ich muss ganz schnell in das Auto hier rein gucken ob da Platz im Kofferchen ist Ah deine Knarre Ja 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 Junge was ist hier los alter Ja Und das sind nicht Leute die einfach hingekommen sind das sind alles Leute die angerufen haben vorher Echt Die dahin bestellt wurden ja ja Ok Ja Ok Äh ja ich helfe so gut es geht Ich fahr grad mit Mila nochmal zum Lager und in Bestellung von Beatty ein damit die nicht hin und her pendeln müssen Ja alles klar Ok bis gleich Ok Ciao ciao Weißt du damals hatte ich nen Traum von ner Dings Von ner Autowaschanlage Heute bin ich im Mode Business Mila Ja Ja Ach du Scheiße Ich hab deine Knarre bei wir tun die so lange im anderen Auto ne Ok Touch my pew pew Dankeschön für den Prime im dreißigsten Monat die besten dreißen Monat die ich investiert habe Grüß dich Dankeschön Ich bin grad maßlos überfordert ne bitte mich nicht übeln Dankeschön dagschön Was bin ich me Ich bin nicht nur und mich Herr La Ich bin nicht nur ich Herr Ik bin nicht nur ich Ich bin nein . Hast du die Nummer von Faye? Faye, ja. Ruf die Mann, frag die mal, ob die unten am Laden ist. Ja, Ausrufezeichen Kika, aber ja, im Dings, dann seht ihr die Internetpräsenz davon. Die Bilder sind mega gut, hat Aaron gemacht. Ah, bist du am Lager oder bist du unten am Laden? Okay, die ist am Laden. Okay. Okay, supi, das war es auch schon. Ja, habibi, ja. Ja, was brauchst du? Sag mir, was du brauchst. Bruder, ich muss erstmal die Sachen los, wenn ich hier hab. Okay. Wenn du willst, mach du schon mal Leitstelle, mach neues Auto voll, keine Ahnung, Bruder. Ja, okay, mach ich. Okay, ja. Alles klar. Gleich über nehm Leitstelle. Und, erst Handrufe. Kika, wer, ja, bitte? Hallo, hallo. Hallo. Ich weiß, wahrscheinlich klingt das blöder, aber ich würde gerne was bestellen. Ja, 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 okay. Ja, soll ich dir durchgeben? Ja, erstmal die Name, bitte. Achso, Noah Stones. Noah Stones. Genau. Was hättest du denn gerne? Einmal die Jordans in der 14er Version. Äh, kannst du mir den Artikelname direkt komplett sagen? Also zum Beispiel Jordan 1 14 oder so? Das ist nur Jordan 14. Jordans 14? Oder Jordan 14? Jordans. Okay, ja. Dann, ich weiß nicht, das Designer-T-Shirt 10, das ist das Offer-T-Shirt, das, da steht bei euch 0 Euro, also 0 Dollar drin. Warte mal, da steht jetzt 0 Dollar drin, ne? Ja, eben, ne, ich schätze mal auch 70. Ein Designer-T-Shirt für Männer. Ja, genau, Designer-T-Shirt Nummer 10. Kannst du mir sagen, welche Seite das ist? Boah. Steht ganz unten. Oder ist das nicht auf? Ich hab das extra raus schon gesucht. Aber warte, warte, ich guck, ich guck, ich guck. Das Designer-Shirt 10. Genau. Das ist das Offer-T, ja, ja, das kostet 70. Das weiße Offer-T, ne? Genau, das weiße Offer-T. Äh, ja, das würd ich halt auch nehmen. Okay. Dann die Sekt-Jeans 5. Jawohl. Und die Rounded-Classes. Kriegen wir hin. Ich weiß jetzt nicht, ob die Durchsage schon vom LSPD durchkam, aber kannst du dann am Laden gleich abholen, so, ich würd sagen, halbe Stunde. Und am besten nicht direkt am Laden parken, weil da ist ne absolute Menschenmenge. Dann lauf ich einfach runter, das geht schon. Du, du wirst aufgerufen dann. Jo, mach. Einfach, einfach vorm Laden stehen, dein Name wird gesagt. Alles klar, dann bis gleich. Danke, tschüss, tschüss. Und schon der nächste Ökikawea, ja bitte. Grüße, hier ist der Adrián Dakova. Ich würde gerne Kleidung bei euch vorbestellen. Alejandra Ková? Adrián Dakova. Adrián. Ja, bitte. Also ich hätte einmal das Bandaner Tanktop schwarz-weiß für meine Frau. Wir sind am Lager. Die kleine Umhängetasche 3. Ähm, Kötis hat die Leitstelle. Jawohl. Und einmal das Arcade-Shirt New 9. Äh, die sollen doch bei der Leitstelle alle anrufen. Jawohl. Ähm. Kann man bei euch mit Karte zahlen, oder muss man? Ja, ja, alles immer mit Karte. Kannst du Klau oder Karte, ist egal. Und was? Äh, so halbe Stunde ungefähr am Kikawea-Laden, ne? In der Westside. Okay. Aber am besten ohne Auto da hinkommen. Okay. Jo, perfekt. Alles Bescheid. Dankeschön. Danke. Jetzt erst mal Dings holen. Arcade-Shirt, was war der? Also hab ich mir aufgeschrieben. New 9. Ja, Mann, das ist sexy. Ja, Mann, das ist sexy. Ich brauch einen Bandana-Top in schwarz, bitte, Mila. Einen Bandana-Top in schwarz. Mhm. Designer-Shirt hab ich schon gehört. Sega-Jeans. Wie, fünf? Einmal Säumrögel. Leg das Top schon mal in Auto. Ja. So, Bandana-Top-Schwarz. Hambach. Umhänge-Tasche. Hambach. Arcade-Shirt, Hambach. Jones 14, Hambach. Designer-Shirt. Zehn haben wir nicht gekauft. Kuss, Kuss, Kuss. Hallo, ich hoffe, euch geht's allen gut. Saget-Jean und Ronet-Glirr. Das ist okay. Mir geht's auch gut. Das ist aber stressig. Aber ich bin eigentlich nur da, um Internet zu testen. Von daher ist es egal, was ich hier gerade für den Content bringe. Ähm, ach man, also, pass auf, kurze Story. Mila hat ja in den alten Computern den neuen. In dem alten Computer ist ein DVD-Laufwerk drin. Die war gestern bei ihrer Freundin, weil die ja kein Internet hatte. Und hat sich DVDs ausgeliehen bei der. Und die alte PC ging aber nicht mehr an. Und da kam ich auf die grandiose Idee, der zu sagen, jo, wir bauen das DVD-Laufwerk in den neuen PC ein. Und dann hat sie zu der gesagt, die soll vom DVD-Laufwerk die Kabel abmachen und das DVD-Laufwerk dann abschrauben und rausholen. Die hat aber nicht die Kabel vom DVD-Laufwerk im alten PC abgemacht, sondern vom neuen PC bei der SSD, die hinten drin war. Und dann hat die die nicht mehr reinbekommen. Und dann hat die die SSD wieder angeschlossen. Und dann war der Computer die ganze Zecken so ein P-Perslack-Loop drin. Junge, leck mich ja ehrlich. Ich hab fast einen Nervzusammenbruch gehabt heute Mittag. Das ist kein Witz, Alter. Ich bin durchgedreht. Okay. Erstmal hast du Hunger? Da, hier ist Thunfisch. Doch. Thunfisch ist gut. Ich hätte jetzt gern ein DVD-Laufwerk. Und eine schöne neue Festplatte. Ja. So, ich nehme jetzt wieder die Leitstelle an. Unser neues Haus müssen wir noch Internet-Time-Bing. Kikawe, hallo. Moin. Moin. Die LED-Schuhe für Herren. Ja. Habt ihr die noch vorgegeben? Wir haben alles noch, ja. Schwarz-Blau. Artikelname bräuchte ich. Oder heißen die so schwarz-blau? LED-Schuhe 9. Aber da steht unten drunter für Frauen. Hm, ist Unisex. Brauchst du Unisex? LED-Schuhe 9. LED-Schuhe 9. Schwarz-Blau. Moment. Kannst du dir kurz angucken? Ich gucke. Blau-Fose. Und dass die richtigen sind, dann würde ich vorbeikommen. Die sind schwarz-blau, ja. Ich bräuchte einmal den Namen, bitte. Da komm mal ein Stück zusammen. Jake-Dafonte. Jake? Ja. Jake-Dafonte? Ja, Jake, so wie Jacke ohne C. Okay, Jake, da Funde. Ich würde jetzt sofort vorbeifahren. Ja, so ungefähr eine halbe Stunde am Kika-Wail-Laden. Du wirst dann aufgerufen. Am besten nicht mit dem Auto dahin kommen. Da ist auch eine Riesenschlange schon. Anders kann man das leider gerade nicht machen. Nur die Schuhe? Ja, nur die Schuhe erstmal. Alles klar. Super. Dann bis gleich. Alles klar. Danke, Jojo. Jojo. Und der Nächste auf. Kika-Wail-Laden. Ein wunderschönes Lohn vom FHW. Ich würde es denn bestellen. Ja, Name bitte nochmal. Sloan. Sloan. Richtig. Vorname? John. John Sloan. Exakt. Jawohl, was hätten Sie gerne? Einmal die Jeans 1. Jeans 1, jawohl. Einmal die Gläser für Herren. Also die normalen, runden Gläser. Ja, rounded Gläser. Exakt. Einmal F4D1. F4D1. Jawohl. Einmal die Seche. Die Jeans 2. Also da, wo man den Arsch sieht. Ein paar Artikelname sagen. Sacred Jeans 2. Sacred Jeans 2, genau. Sweetshirt. Potter 11. Die 11, jawohl. Jordans 12. Heißen die einfach nur Jordans? Äh, ja. Okay. Jordans 12. Okay. Das sind die mit den orangenen Schnürsenkeln. Jawohl. Äh, Pulli plus Jacke 5. Jawohl. Basic Hemp 1. Jawohl. Basic Hemp 3. Jawohl. F4D6. Jawohl. Lagnar, was brauchst du jetzt? Artikelname sag. Sag, ja. Basic Hemp 1 nochmal. Äh, jawohl. Weiter. Sportjacke 20. Jawohl. Weiter. Pulli plus Jacke 6. Jawohl. Weiter. Weiter. Saget Jeans 4. Jawohl. Das ist erst vorerst. Äh, ungefähr halbe Stunde beim Kika-Ware-Laden. Am besten ohne Auto da hinkommen. Da sind 500.000 Menschen. Da wirst du dann einfach aufgerufen. Klingt nach dem Plan. Alles klar. Alles klar. Okay, bis gleich. Tu. Echt, kurz vergessen. Bruder, ich raste gleich aus, Alter. Jeans 1. F4D. Oh my god, Alter. F4D. Saget Jeans 2. Ey, legt mich am Arsch. D F4D. D F4D. D F4D. D F4D. D F4D. D F4D. Ich hasse mein Leben, warum bin ich überhaupt aufgestanden? Ja, warum bist du aufgestanden? Es ist Donnerstag. Fünf. Und die Sechs. Okay. Heute ist übrigens Mittwoch, Jack. Echt? Ja. Ich könnte schwören, ich werde zweieinhalb Wochen gebrauchen. Ich sage dir, wie du isst. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich sage dir, wie du isst, Alter. Frische, warme Kleidung. Ne, so aus dem Kühl... Dings, kühle Kleidung im Sommer voll geil. Kalte Kaltung, kalte Kaltung. Warum habe ich das gemacht, Alter? Fuck. Classic Camp 1, 2 Mal. FWD... Ach, da war ich doch vorher. Mein Gott, FWD6. Sportjacke. Wer kauft sich eine Sportjacke, Alter? Sportjacke... Mann... Wollte die Sport machen. So am Strand joggen gehen. Kennst du das? Und Sackgings 4. Nein! 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 Ruhe, Katze! Wollte die Katze auch? Ja. Gib dir mal 10 Dollar, dann ist die ruhig. Kontrolleure. Die Schuhe für DLK. Jeans 1, Rounded Glasses. Jeans 1, haben wir. Rounded Glasses, haben wir. FWD1, haben wir. Saggings 2, haben wir. Sweetshot Potter. Wo ist der Potter? Haben wir nicht. Ich raste gleich aus. Er raste gleich aus. Oh, ich sehe irgendwo eine Katze. Und die nervt richtig. Oh, Mietzi. Die. Sweetshot Potter 11, haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Jordan 12, haben wir nicht. Fängst du mal auf mit die Tasche. Ja, enthalten. Haben wir. Pulli plus Jacke 5. Haben wir. Wenn sie kommt ein, zwei Mal. Haben wir. Bersi Camp 3. Hammer nicht. Bersi Camp 3. Namen schreibst du ja mit dazu, ne? Ja, ja. Ja, klar. Guck, guck, guck. Bersi Camp 3. Hammer. F-46. Haben wir. F-46. Sprodeck 20. Hamm wir. F-46. Haben wir. F-46. Und Sega Gin 4. Haben wir. Und LED Schuhe. Haben wir. Ok. Ich habe irgendwie Angst wieder am Telefon zu gehen. Das ist kein Witz. Dann gib kurz ab. Nein, einen mache ich noch. Einen oder zwei mache ich noch. Ja. Und dann fahren wir runter. Pass auf, ich nehme jetzt Leitstelle und instant kommt Telefon. Oh, ne, Faye hat die Leitstelle. Ah. Ja, dann können wir schon mal runterfahren. Komm. Okay. Ich ruf mein BT an kurz. Ja. Ich bring jetzt drei Bestellungen, ne? Ich schicke dir die Namen, also ich schicke dir die, was die bestellt haben über Dings. Rechnest du das dann zusammen oder soll ich das noch vorher zusammenrechnen? Ne, ich rechne dann zusammen, alles gut. Okay. Ist eine riesengroße, eine hat nur ein paar Schuhe bestellt. Ja, Faye nimmt schon nächste Bestellung auf. Jo. Alles klar. Ist viel los? Ja, ich kann es ganz sehen. Digga, die haben einfach Sperre hier gemacht. Du musst zum Dubster gleich kommen, die Sachen mit rausholen, ne? Ja, ich hab hier, der Joppe, der hilft mir. Der hat sich eine große Tasche besorgt und so, ne? Wer? Der hilft mir dabei. Der Joppe von den Yaris. Ohne den hätte ich das jetzt nicht geschafft. Der sagt, der Muffin soll helfen. Muffin soll helfen? Ja, klar. Ja, ist klar. Sagst, der sollst eine riesen Tasche. Ruf den an. Ja, ich ruf den an. Okay. Bis gleich. Okay, bis gleich. Warum ist in der Preisliste das Kleid nicht mehr drin? Weil die dann dafür wahrscheinlich keine Fotos gemacht haben. Welches Kleid ist das Sommerkleid? Ja. Auf der Homepage steht das drauf. 35.000. Aber die Preisliste, die du gemacht hast. Fashion. Wo? Wo? Ich seh kein Fashionkleid in meiner Preisliste. Das ist ja das Problem. Ach doch, oben steht da doch. 35.000, du Idiot. Fashionkleid neu. Oben, 35. Ganz oben mit dabei. Ne, du guckst irgendwo in ne falsche Liste. Junge, bist du ein bisschen zu flur oder so, Alter? Guck in ne Preisliste, Alter. Bei Frauen. Ach so. Oberkörper, Fashionkleid neu. Ich war bei den Männern. Ja, merkst du selber. Ne, kickt schon wieder in deinem Gehirn. Oi, 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 oi. Warum haben wir das Kleid nicht für Männer? What? Warum haben wir das Kleid nicht für Männer? Ja, ist okay. Ich weiß nicht, kurz, kurz. Du bist so ein hässling, Alter. Oh mein Gott. Ey. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Mila? Du bewachst kurz das Auto, okay? Wie ein Hund. Ah. 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 Boah, ich liebe diese Tasche. Kannst aussteigen. Bieti, schau dir das alles ins Lager rein hier, ne? Und gib dir dann die Liste. Dann kannst du hier raus... Hä? Achso, ja, okay. Hier ist Lager. Ey, ich sag gerade alle, die hier nichts bestellt haben, weg. Auf einmal alle bewegen sich rein weg, Junge. Nee, die sind alle, die wollen alle bestellen. Ja, ja. Okay, warte. Wo bist du? Ich gebe dir die Liste, ne? Ja, schick mir eine Liste. Ich weiß nicht, ob ich die Namen richtig geschrieben habe, aber wieso werden die ausgesprochen? Egal, ich schreie einfach raus. Hast du? Junge, was ist das denn für eine Bestellung, Alter? Ja, der eine Typ vom FAB hat komplett übertrieben. Ja, FAB ist gerade immer. Okay, alles so, dann kommt der LED-Spur. Okay, ist alles drin oder was im Lager? Ja, ist alles hinten im Lager drin. Kannst du den rauspicken und Dings abgeben. Alles klar. Ja, da wünsche ich. Bei Juri, das mit der Tasche war die beste Idee deines Lebens. Alter, ich schwirr, mein Gott. Noah Stones. Das ist schon geil, oder? Noah Stones. Du. Noah Stones. Oh mein Gott. Tag, rein mit dir. Lass mich raten, könnte noch größer sein. Ja, nö, passt schon. Er war besser wie der andere Scheiß. Warte, ich hole kurz das Zeug, dann Rechnung, dann Zahlen, dann Sachen. Warte. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Sollen wir nochmal zum Lager wieder, Mila? Ich kann nur kurz auch mit, kann man auch was tragen, wenn das hilft. Ne, wir haben ja Dings. Du kannst so auch mitkommen, egal. Komm, wir haben eine Langeweile aus. Ja, komm, ich bin. Biti. Biti, wir gehen nochmal zum Lager, ne? Ja, 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 ja. Der Juri kommt da mit, ruf mich an. Wer hat Dings Leitstelle? Okay. Ja, da müsste der wahrscheinlich gleich helfen. Hallo, Opa Wildi. Ich gehe wieder zur Grundschule. Bruder, du kannst in GTA, also ich sag mal so, Juri kann alles. Ich wünsche, ich wäre dick, hätte ein rotes T-Shirt und wäre lustig. Kannst du doch mal so, oder nicht? Ich pfeff mich lustig. Findest du mich lustig? Ja. Du bist ein ganz schön witziges Kirchen, du bist der Daddy. Oh, Tell who? Ja, ja, Salome. Sag mal, du schreibst in Muffin mal genau dieselbe Liste, dann machen wir Fließbandarbeit hier. Ja, okay, schick dem die auch. Alles klar, gut, gut, gut. Ihr müsst dann bei untereinander absprechen, ich bin... Jawohl. Ich bin ganz ehrlich, ich bin für solche Arbeiten nicht gemacht, Alter. Ja, das ist was anderes, ne? Egal, hauptsache die Leute haben Spaß. Nee. Doch. Nee. Du hättest die Klappe. Okay. Mit deinem DVD-Laufwerk, Alter. Ach, Gott. Ich hab dir fast einen Nervzusammenbruch gehabt. Ich hab dir gesagt, ich sollte nichts anfassen. Ja, warum hast du das dann gemacht? Ja, weil er sagte, nö, nö, das wird schon, da kann man nichts falsch machen. Dann kommt der Coil, ja, hier, vom Stecker, ist dort abgebrochen. Ich hab geheult, was? Ich sag doch, ich mach alles kaputt, was ich anfasse. Nee, da wünsch ich dir, das ist ja nur für ein, zwei Tage der Andrang so hoch. Das passt schon. Danach ist doch eine entschuldige Arbeit. Aber ich bin zurückgedankt. I'm back in business. Das ist doch das Wichtigste. Der Rest ist doch scheißegal. Ja, richtig. Das Wichtigste wäre der Hoodie unter den Jeans, ja. Hoodie? Achso, ja. Ja, der sagt dir direkt nix mehr. Ja, warte, willst du? Bock mehr hier, Ruhn anzufahren, ne? Soll ich, soll ich bei Star gehen? Ist schon fertig? Ja. Boah. Ja, das war schneller jetzt, ne? Für V? Nee, nicht für V. Können wir auch machen. Das ist alles, der Juni kann alles. Machen wir Beulen dran, dann passt das. Hey, hier ist da gar keiner. Diese Tasche. Hey, die Tasche war die beste Erfindung, Alter. Bye, have a beautiful time. Hey, lass das mal so machen. Du fährst mit Faye und Mila fährst runter und besorgt dir immer die Bestellung. Faye nimmt die ganze Bestellung auf, Junge. Mein SMS explodiert gleich, Junge. Und dann guckt ihr, dass ihr das hier hochbringt und ich gebe das weiter und vertickt das. Ich hab ein Schlüppi an. Ja, wir sind schon am Lager, Faye. So her, komm. Okay, ich sag ihr Bescheid. Bis gleich. Die Tasche, ne, Alter. Ja, wie ein Schuh gehen früher. War garantiert genauso schwer. Einfach besser. Weißt du, dass ich mich aber fragt. Ich hab dem Q, also wir haben dem Q schon die Tasche verkauft und ich glaub Café Nura auch einer. Ich frag mich echt, ob die das irgendwie auch wieder weiterverkaufen für Leute am Erdbefeld. Weil damit kannst du so krass viel gut arbeiten, ne. Müssen wir Branding drauf machen. Naja, ich weiß genau, welche Dings ich wem verkauft hab. Ja, aber wenn du weißt, wer in den, dann lass uns doch auf den Erd drauf machen. Ich küsse dich und Schotti, danke für den Prime 42. Dann lass uns die umtauschen. Und Kujumi, danke für den Sub im Stufe 3 sogar. Vielen lieben Dank. Und Jona Schuller, danke für den Prime 22. Hallo. Und Pixi, danke für den WeSub im vierten. Und Skyronix, danke für den Prime 18. Weil das ist ja das kleinste Problem, da geht doch dann auch näher drauf zu machen. Ja, erstmal alles nach dem Dings. Hier ist nicht mehr. Boah. Wasn't me. So, die Fake kommt jetzt und dann nehmen wir Bestellungen wieder auf. Und dann schleppen wir die da hin. Und daraus besteht jetzt erstmal unser Abend. Bis wir zumachen. Ach, der Fischer hat da angerufen, Alter. Hi, Curtis. Der hat das gerade angerufen. Ja, ja, ich wollte nur sagen, der Taxityp bleibt so lange da, bis das dann bei euch beruhigt hat. Na, der Beatty hat gerade alle zusammengeschrieben. Die, die nichts bestellt haben, sollen sich verpissen. Gut. Dann ist, glaube ich, alles geklärt. Gut, ich bin gerade mit 70 Cops dem BC hinterher. Das sieht gerade wild aus. Ich muss mich hier konzentrieren. Ja, immer schön von rechts. Immer schön von rechts. Immer von rechts, vollständig. Ich bin dabei. Alles klar. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich habe keinen Bock mehr, ich kündige. So, willst du jetzt annehmen? Was? Willst du jetzt annehmen? Was will ich annehmen? Bestellungen? Habt ihr die Leitstelle schon? Ah, ruft keiner an. Doch, doch, doch. Ich habe nur gerade jemanden am Telefon, weil ich keinen Bock hatte, bei dem Autofahren eine Leitstelle zu übernehmen. Du kannst doch die Leitstelle einfach auf der App ausmachen dann, ne? Ja. Holst du mir dann gleich die Sachen raus, die ich brauche? Ja, hau raus. Äh, ich... Ja. Ja. Basecamp mit 1 und 4. Okay, warte. Einmal jeweils, ne? Mhm. Haben wir. Äh, LED-Schuhe 10. Haben wir. Ähm, NBA-Trikot 2. NBA-Trikot. Haben wir. Äh, Nike Air 3 1 Rot. Nike Air 3 1 Rot? Ja, das sind die 3 1 in Rot. Warum haben wir Nike Air Jordan 3 1 3 1 3 1? Mhm. Die hier, oder was? Ja. Okay. Äh, Jeans 5. Jo. Polibus Jaco 5. Äh, Hoodie plus Jaco. Hoodie plus Jaco, ja. Äh, finde ich gerade... Nee. Ich bin blind. Pulli, Pulli, Pulli. Pulli plus Jaco 5. Ja. Bin ich blind, oder was, Alter? Ich schuld bei Gott, ich finde den nicht. Boah, ich bin so dumm, Alter. Ohne Witz. Pulli plus Jaco 5. Ah, da. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, okay, haben wir. Deine Umhängetasche 10, also, ne? Haben wir. Äh, Designer-T-Shirt einmal 10 und einmal 14. 10 und 14? Ja. Haben wir. Baseball-Jersey 2. Mit oder ohne Handschuhe? Ich denke mal ohne. Ohne, mh. Ja, haben wir. Äh, Sega-Jeans 5. Haben wir. Moncler 1. Oh, das ist die zweite Moncler-Jacke. Scheiße, ich muss was Neues kaufen. Das ist ja alles nach dem Alphabet, ja? Ich übersehe da trotzdem. Diese ganzen Lust-Sachen und so. Moncler-Metier? Äh, 1. Oh. Okay. Flexi-Rodi 6. Oh, der ist so wild. Yo. Designer-Shirt 1 und 13. Yo. Sega-Jeans 1. Hey, wie viel hast du angenommen? Viel. Yo. Äh, F-Hoodie 1. Hast gleich geschafft. Haben wir. Sportjacke 22. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die Leute kaufen, ne? Aber der Juri hatte die auch gekauft. Das ist doch nicht schlecht, ne? Spovetia 22? Ja. Haben wir. Und, äh, Arcade-Shirt-New 24. Ja, mit dem. Haben wir. Das war's. Okay. Frauen noch? Äh, Frauen mache ich selbst. Welches Auto? Äh. Ja, warte, ich kann das auch, ich kann das auch behalten, dann haue ich gleich alles bei uns ins Lager rein. Weil, dat war halt der mit Typen, oder? Ja, oder so. Goldscop, danke schön. Ja. Du bist im 46. Monat. Vielen lieben Dank. Ich hab so lange nach denen gerufen, dass ich keine Stimme mehr hab. Ja, ich hab dem gesagt, halbe Stunde ungefähr. Dann ruf den gleich nochmal auf. Okay, dann ruf ich dich später nochmal auf. Kommt ihr hoch? Der wird schon aufkaufen. Ja, wir, wir kaufen gerade. Aua. Okay, wir haben ja soweit alle abgefertigt hier. Okay. Okay. Wir kaufen gerade, bis gleich. Ja, bis gleich. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Ich möchte übrigens jemanden Cardian kaufen. Ich bin irritiert. Warum sind du freshers? Ich weiß gar nicht, was ihr dagegen habt, Alter. Wie das Ding kann, hörst du dich? Bilder ausgedrückt. Ich hier wird nicht geschlafen, Ayran. Junge, ich sage dir. Heute ist sowieso eigentlich kein Stream. Aber Internet sieht gut aus wieder, Alter. Freut mich. Geil. Und Mila hat wieder Internet. Das heißt, wir können die Coop-Games starten und müssen nicht fünf Wochen warten. Fertig? Ja. Juhu, wieder zurück. Willst du die ganzen Sachen mitnehmen und ich nehme schon die nächsten Bestellungen auf? Und ich würde jetzt zum Lager gehen, alles ins Lager werfen und dann da die nächsten Bestellungen aufnehmen und dann wieder hin. Okay. Am Verteiler irgendwie war bei mir ein Port oder so falsch eingestellt. Wie geht der denn los? Irgend so ein Quatsch hat der Techniker gesagt. Zwei Sachen. Warte kurz, Curtis. Warte denn. Was baust du? Mann, der soll keine privaten Bestellungen annehmen, Alter. Der richtig schön. Ähm, Quatsch hat eins und was? Kurz den was ausrechnen. Okay, 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 okay. Irgendwas am Verteiler in einem Port oder so war das scheiße. Und ich habe übrigens eine Klimaanlage bestellt. Groß, Dankeschön. Und Tukulu. Wir machen hier keine privaten Bestellungen mit Pisser. Faktisch. Fresse. Ich habe die bestellt, die ihr mir empfohlen habt, Chat. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber die hat auch gute, gute, äh, Testberichte gehabt. Sogar sehr gut, sehr gut von Stiftung Warentest. Keine Ahnung, Alter, das weiß ich nicht. Hast du mitgenommen, Miloja, ne? Ja. Bestellung? Äh, habe ich ihm gegeben? Wem hast du gegeben? Achso, ihm. Ja, ja. Müde? Äh, äh, du bist müde. Du stinkst. Du stinkst. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob die Unterkaltung verstörend ist oder... Ich weiß halt genau, wie es kommt. Was weißt du? Ich weiß halt genau, wie es kommt, sonst... Ich hoffe, du, dass alles läuft, Master P, das müsst ihr mir sagen. Aber bis jetzt habe ich null ausgelassen. Du stinkst nach ungewaschenen Rachen. Hä? Oh mein Gott. Oh, oh, bitte langsam. Wir können gleich mal aufs Dingskonto gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was drauf, um ehrlich zu sein. Du riechst nach Intimbereich Schweiß. Du. Äh, äh. Doch. Äh, äh. Doch. Ja, ja. Ehte Fleisch mit Ha... Hallo. Oh, fuck. Gar nicht bar... Asche. Bar. Du bar. Ie. Voll eklig. Fuck you. Perfekt, danke, dass Sie uns 1.840.000 bezahlt haben Ich möchte einmal die Bestellung Davon werden SMGs gekauft Ich werde von diesem Namen heute Nacht träumen Ist wieder im Lager drin, ne? Alles? Ja, das wird Fehler angenommen Bitte? Ja Wenn die Klamotten da hinten im Lager drin sind, ne? Ja Dann mach ich Leitstelle und wir holen das her und du verkaufst das Ja Ich guck mal in die Finanzen durch Kevin Bachmann Kevin Bachmann Ich bin Millionär Wer ist denn Kevin Bachmann, Junge? Bestell, Junge Kevin, auch nicht da, Karl Osmann Kevin Ruder Kevin Ruder Der Fischer sagt, du wüsstest Bescheid, Strichliste und du bezahlst das dann nachher? Was bezahle ich? Äh, die Fahrten, der sagte Ja, 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 ja Okay, Strichliste ist ja immer nur ein Kilometer, bisher waren es fünf Kunden, also ist ja Julio, mach ich Jut, jut, jut Jut, jut Wie lange geht das denn heute noch? Ja, weiß nicht, mal gucken Okay, ja, wegen so, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ne? Du kannst ja immer Feierabend machen, was du willst Ja, wegen dem Shuttle-Service dann noch Ja, ich guck mal, ich bleib noch ein bisschen und ich sag dir dann Bescheid gleich Ich seh dich da mit dem großen, äh, was ist das eigentlich? Schulranzen Ja Oh Gott, ey Wo ist die Feier? Wo ist die Feier? Wo ist die Feier? Oh Gott, hab ich mich grad erschwungen Nimmt die jetzt schon neue Sachen an? Äh, ich glaub ja Okay Designer-T-Shirts 14 und 13 brauchen Nimmst du schon neue an? Ja Okay Äh, wo ist BT? Probieren, die ist neu einkommen Im Lager hinten Was ist die Hölle los? Mit wem telefonierst du? Mit Lisa Achso Wie kostet ein Designer-T-Shirt? Vielleicht tauscht ihr mal Blumen Das sieht aus mit der Tasche, ey Ich spiel den Rucksack so sehr, der ist, ohne Witz Das steht ja auch in der Farbe Das wär ich beste Idee, ey Ich spiel den so sehr, ey Ja, weißt du, für was wir noch alles aufnäher brauchen dafür? Äh, Kaffee Nura wär gut, weil die haben und Cube Nora Aber da, Kaffee Nura und Cube haben wir, das hat O'Brien alles Schon für die Designer-T-Shirts Ja, auch hierfür, dann? Äh, ne, nicht dafür, aber der macht das ja immer Mit den Stoffen Ja, wenn du das kriegen, bist du ein paar Tage so Mir ist das egal Wenn du das Logo hast dafür Immer gerne Ne, ich hab nix, aber bräuchte ich halt dann, ne? Ja, das regle ich nachher Dann ist das, äh, heute noch fertig Ich feier die Arbeit heute Der ist einfach so gut Arbeitet einer von euch hier? Nein Ja Aber nur per Ding Kevin Wachmann hier oder Kevin Ruder Äh, ich? Ne Ich würd gern bestellen Musst du Leitstelle anrufen Ja, weißt du Weißen Big ist überlastet Ja, ja, ich merk schon Ich hatte auch vorhin schon was bestellt Und wollte meine Bestellung noch ändern Was hattest du denn bestellt? Ähm, ne Äh, Pulli und Jacka 1 Perry, Kanubi? Hast du das schon abgeholt? Ne Pfff Ich bin vorhin abgehauen Weil mir das hier dann doch ein bisschen zu voll war Die meinten, das macht ihr ja dann am Ende Irgendwie ist keiner hier, ne? Nick Cross Ja Weiß Nick, der soll arbeiten Jack, die Luca Keiner hier, den ich aufgerufen hab Ja, egal, die Singer sind ja im Lager drin Ach, gar keine Ja, gut Wart mal, du hattest vorhin schon bestellt Ja, ich hatte bestellt Aber ich wollte was ändern Ändern ist schwierig Ja Warum? Ja, weil wir die Sachen ranholen Und die im Lager tun Das heißt, deine Bestellung ist da hinten schon fertig Ach so, ja gut, dann benehm ich dir einfach Ja Das ist auch okay Wie ist dein Name? Joffrey Jones Aber ich kann da jetzt nicht noch was hinzufügen, oder? Ne, grad nicht, müsstest du eine neue Bestellung aufgeben dann Also der meine... Bieti, komm mal her Boah, ich hab heute Name nochmal Joffrey Jones Hast du den Joffrey Jones auf deiner Liste? Den hatten wir heute schon mal irgendwie Ja, ich wollte eigentlich was ändern an der Bestellung, wenn das möglich ist Wie, wir haben dich aufgerufen, oder warst nicht da? Dann haben wir die Sachen wieder ins Lager gepackt Ich war vorhin schon mal hier, deswegen Ja, aber ist ja hinten im Lager Ja, aber ist ja hinten im Lager Mila, bisschen leiser, bitte Danke Ich kann nicht noch leiser Ja, wie gesagt, deine Sachen haben wir jetzt ins Lager gepackt Dann musst du halt jetzt... Wie, jetzt hier im Lager, oder unten wieder? Ne, unten im Lager Weil er halt nicht da war Wir haben irgendwie 20 Minuten noch geladen Ja, aber dann lass die Sachen doch hier im Lager umdrin, wenn keiner da ist Schmeiß die, ne? Tu die nicht wieder im Karton rein Ja, 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 machen wir jetzt mal Ja Das ist halt kontraproduktiv, was du machst dann Ja Wo ist denn die Faye? Die ist am Dauertelefonieren Hallo Ich steh gerade, die ist gerade winkeln Bitte? Die ist gerade winkeln Kevin Bachmann, ja Ja, Kevin Bachmann, komm rein Ich war halt schon vorhin schon mal hier Und dann meinte ich halt, ähm Ob ich das ändern könnte Und dann meinte er, das machen wir dann am Ende Und soll ich später wieder kommen Ja, dann musst du dich nur ein bisschen gedulden Basic Camp 1 und 4 Basic Camp 1 und 4 Also kann ich dann an der Bestellung noch was ändern? Ja, ja, klar Du kannst ja, du rufst an und gibst quasi ne neue Bestellung auf Okay Der ist besetzt Ja, die Leitstelle brennt auch, glaub ich grad Ich weiß noch gar nicht, wo die ist hier Ja, ja Ja, ja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wo ist denn die? Ja, da Hast du ne neue Bestellung tun? What? Dann hast du schon was Neues aufgenommen Ja, ja, ja Kickerwarefair hier, hallo? Kickerwarefair hier Kevin Ruder vielleicht eingetroffen hier Das sind quasi so Quauquappen Beaty, wenn die Leute ihre Bestellung nicht abholen lassen, dann einfach im Lager drin Ja, hab ich doch verstanden jetzt 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 Ich hasse dich Ich hasse dich auch Aber der Heimd ist freshest fuck, Alter Ich hab so maximal gut Ja, okay, das wirst du verstehen Ja, okay, das wirst du verstehen Ja, selber weg 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 Ich hatte für Wollte gerne einen Fosch haben Da war ich noch ganz witzig Da hab ich sogar gewünscht So ein Buch mit Alle Foscharten Mein Gott, wieder, wieder nur um Lügen die mir haben Aber dann Harry, können wir lügen? Ach, hallo Mit wem unterhalte ich mich denn? Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung Achso, ja gut Nee, alles gut Achso Den Namen würd ich mich auch nicht zeigen Auf jeden Fall hab ich dann keinen Fosch bekommen Und ich hatte Quauquart mal dabei Ja, aber wir haben 600 Artikel im Zermin-Tree, Tobi Aber die sollten keine Fosche werden Ja gut, dann werden die jetzt gegessen Also Pech, Gar Und der muss ich jeden Abend einschlafen Der für ein Ruder Digga, warum sind denn so viele Leute hier Keine Ahnung, kann da jedes mögliche Problem sein Oh mein Gott Ich war das Ding Ich war das Ding Ich war das Ding Ziegen auftecken Oh ey Ja Ich möchte gern mal wieder Ziegen kuscheln Hm Hm Vigilin hat nicht gern gekuschelt Der hat nur geärgert Der hat nur der Holze an der Tasche dran Nämlich Aber hat den Tats ihm lieb gar Wie viele Bestellungen will ich ihn aufnehmen, Alter Aber irgendwann Mein Oma ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass der weggelaufen ist Oh nein Doch Boah, vielleicht hat er sich verliebt und ist deswegen weggelaufen Ich glaub nicht, weil wir haben einen Schwein Okay, wir freuen uns einmal Kevin Ruder Und das ist auch abgehauen Und zufällig Und dann hat die Dame das vielleicht falsch verstanden Was hast du bestellt? Wir sind bei uns am Laden, komm her, bis gleich, tschüss Was hast du bestellt? Was hast du bestellt? Ich hab einmal NBA-Trikot Nico R Äh, äh Mike R Ja, genau Weltteams, sowas, Polypresette Genau, ja, ja, ja Und dann komm rein Was ist komponiert? Eklig Ja Man soll sich schämen Fresse Was? Ja, let's go Milla, willst du hier bleiben? Äh Ja, ich komm mit Ich komm mit Ja, okay, okay Okay, ich geh weiter Ja, bitte Bis dann Picker, wer fährt hier? Hallo? Ich liebe es, wo ist das Auto? Falsches Auto Ich brauch erstmal deinen kompletten Namen, bitte Juri Sokolow mit Wede Ja, klar Wie Hukulow War nicht Hukulow Kannst du das nochmal sagen, bitte? Dieser ist kein Falsch, das muss ich mir aufschalten Ja, schreib gleich auf Okay Was hättest du denn gerne? Die Nacht Ja Ja Oh, und Nacht schläft sie oft auf der Seite Ja Ist auch aufgeschrieben Danke Danke Oh Ja Oh je, Mimi Anscheinend nichts passiert Ja, okay Ja Okay Ja Ja Und Best Fanatic Dankeschön für den Prime-Zahnsten-Monat Ich liebe deine Kniekehle Und Goldscore Dankeschön für den Wiesabung Äh, was? Äh? Habe ich schon vorgelesen? Ich weiß es nicht Hmhm Wiese meinen Erziegen Ja Auch aufgeschrieben Ich hoffe euch allen geht's gut, Chat Boah, Fjapah Hat ein Vogel mitfiegelchen Ja Miele, Alter Ja, ich muss mir das aufschreiben Wieso füg ich zu sonst? Ja Problem kenne ich Noch was? Achso, ja, 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 ja Ja Boah, Juri, wir haben sogar so Chip-Dinge an den Klamotten, ne? Ja Chip-Dinge? Ja, ja, die können gar nicht geklaut werden Ja, geiler Scheiß Voll gut, ne? Äh, die Und so vermag ich auch die Taschen, ne? Ja Und die zwölf, mhm Welche? Ja, die hier, deine, die du da angefertigt hast Achso Die haben einen Chip drinne Okay Das kannst du quasi nicht überfallen werden Ich kann mal was tun Das ist ne Investition Ah, okay Ja, Chat, nehmt euch ruhig die Gepäckchen, tut mir leid Nehmt alles, was du willst Genau Ärger Okay, bis später Tschü-Tschü Ja, wir wollen über die Erde klickieren Angst Straßen klickieren Hat irgendjemand vielleicht stehen für einen kleinen Burger oder so da geradezu kann Ich hab Tunfisch-Dinge, Alter, ich schmeiß einfach nach hinten Tunfisch, naja, besser wie nichts Wie, nee, ich will das nicht Ich hab heute auch noch nix gegessen Hier, Jui Ja, danke, wenigstens wer du hast, der Hunger treibs rein So wie war das? Ey, Mila, du kannst mal den Cody anrufen, da sollen wir nur die Dings was liefern Hier Hierher Äh, ne, zum Laden wär gut, für Beatty und so alle Er hat doch schon seit ner Stunde zu Ja, aber Was gar nicht im Grund noch erreichbar ist Ja, aber Doch, doch, manchmal schon Was brauchste? Warte, ich mach das nach der Reihe, damit ich mach ich meine gleich mit Sonst komm ich durcheinander Ach so Ach so Ach so Ach so Scheiße Und von Jiggy die Nummer hab ich nicht Okay, ich brauch einmal Arcade Shirt, Old 23 Old? Ja, Old Die 23 Also Okay, haben wir Äh, Arcade Shirt, äh, neue 7 Haben wir Mütze 8 Mütze 8 Mütze 8 Ja Oh, jo Ähm, Sega Jeans 4 Ja, guck direkt, ob du noch mehr Sega Jeans hast Nee, das mach mich durcheinander Okay, Sega Jeans 4 High Socks 6 Haben wir Äh, F for the 6 Ist das aufregend, Alter F for the 6 Das ist absoluter Kassenrenner, ne? Ja, ja Äh, LED Schuhe 17 Schuhe, LED Schuhe 17 Haben wir Äh, dort hab ich, dort hab ich Pulli plus Jacke 5 Oh, da muss ich wieder suchen hier 2 Mal Wie war das, dass es Alphabet sortiert? Äh, ich bin dumm Das heißt, es müsste relativ weit hinter sein Pulli plus Jacke? Ja, 5 2 Mal 2 Mal Haben wir Äh, NBA Jersey 2 более 13 Ist das immer nicht drin? Ja, äh, D-Shirt 12 Luca, ein Mal Ja, äh, Designer T-Shirt 12 Aber Designer T-Shirt 13 die zehn auch und die neuen auch die zehn auch und die neuen ja dann die tiefe sonnenbrille für männer also das ist zweimal aber arcade shirt old 19 aber arcade shirt 924 alleine umhänge tasche 3 aber saget jean 7 aber die 3 3 ja und das glaube ich die erste verkauft wird das was schönes led schuhe 17 aber das für frauen das für frauen das für frauen warte sportjacke 19 sportjacke 19 aber das ist basic hemmt 8 welches basic hemmt ach so acht hat hemmt man ja die acht ja aber lexio die 12 aber arcade shirt neu drei aber das ist auch fett alter ja das war es an männern dass ich die leitstelle wieder übernehme tabasco dankeschön für 420 bits was sind wir für eine gekürze nein die klappe eilen lassen mich in ruhe ok mir ist warm und ich schwitz sagen wir noch nicht festklebt es geht ja alles ich wüsste genau dass das aufgeht der plan mit diesen komischen stangenwaren sachen und und den richtig teuren scheiß du musst ein bisschen massenware haben ja muss auch gibt ja auch leute die nicht so viel geld haben und nicht den ganzen tag am erdbeer fällt und so pümmeln ja vorhin hat sich doch eine beschwert dass es zu teuer ist weil es hat verpüßt sich du sagst ja man kann auch die fresse halten sage ich ja fang wieder an ich leisten kann dann kann ich nicht kaufen ganz einfach dann gehe ich entweder irgendwas überfallen wenn ich das unbedingt haben will oder geistern haben ja ich glaube kicker wer hat aber deine firma schon abgelöst oder weiß ich nicht also wir hatten aber das höchste ich habe keinen Platz ich habe keinen Platz ja dann hol dir mal so eine Lieferpizzatasche alter wer ist denn das jetzt schon wieder Jack äh big boy weil der slot frei ist bobo das sieht so gut aus die jeansherkene oh mein god verdoppelst du das neue siehst die ist aber unverkäuflich das geht nicht ich brauche eine davon ja du gehörst ja mit zu kicker du bist ja der designer also mitten im schneider davon du bist ja nur in deinem unternehmen noch ein links ähm zitter wir zahlen gar keine steuern weil das ein feature vom server ist um geld vom server runter zu nehmen wir kriegen unseren paycheck da und äh bereichern uns an dem geld nicht weil für unsere character ist das eh schon ich sag mal durchgespielt ne wir brauchen nix mehr ich brauche kein also ich mit curtis brauche kein geld für was außerdem habe ich ja privatvermögen noch vom rp character für irgendwann mal vielleicht was ausbauen zu lassen und so ich mache das einfach nur für den server und weil ich spaß an den klamotten habe die steuern sind ja auch gelder die einfach geliefert werden boah kennt ihr das problem wenn ihr zu viele fenster auf dem handy auf habt handy ne ich habe immer nur ein fenster auf meinem handy auf ich habe ganz viele programmer gerade auf dem handy offen ja man die tasche ist wild wild abfahrt sag mal hilft der eigentlich mit da der was macht er denn ich weiß es nicht er macht glaube ich sein eigenes ding wo stehen weg ach so davinci bist du noch da bruder du hattest gefragt wann die dinge spaz ist schon ein bisschen nervig und langweilig aber das wird sich die tage wieder beruhigen und dann kann man natürlich machen das stimmt außerdem habe ich den spaß an den klamotten keine ahnung wie komisch die kommt erst am 15.6 vor allem komisch ist doch ist doch gut so oder nicht ja ich habe mega spaß daran aufeinander spaß daran das ist halt die hauptsache ne das muss keinen spaß machen wenn es keinen spaß macht dann ist das nur meine abfahrt wenn das jetzt anders machen würde anders importieren würde alter ich wäre der erste der da stehen würde und ich würde mein ganzes geld dafür ausgeben bin ich ganz ehrlich was ist denn wir haben zwei mal zwei falsche kleider zwei mal zwei falsche kleider was für kleider denn welche sind denn falsch job wählen ok kannst du kurz warten bis ich ja weil ich gerade nicht also ich warte kurz bitte einfach ok aber wir sind gerade auf dem weg zum laden das kommt dann erst mit den nächsten ähm fay hast du ein auto da ja kannst du dann gleich nochmal das holen ja ok ja fay fay ach ne mein auto ist unten ich lass die karriere an ja ok warte eben kurz koffer rum abschicken dann fahr ich eben fährst du damit fährst du mit fay ne mit fay ja oder fahr du hast du einen schlüssel für die karriere ne aber ich muss doch nur eben das kleid holen auch das und das hätte ich gerne lack Sonja in der Aurora wo bist du Sonja Ich muss an das Lager dran Kommst ran? Warte, jetzt Zum Glück ist das Lager groß Das sieht aus wie der O'Brien Hallo, sind Sie der O'Brien? Ja, ne, ich bin nicht der O'Brien Hallo Du hattest, wenn du essen und trinken brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, ich bin neu hier Geht's dir gut, Kürtis Wo ist das Auto? Mila ist kurz die Kleider holen Achso, okay, dann mach ich wieder Leitstelle Äh, hallo, Dunjo übrigens Was? Moin, Meister Moin, Meister Wie geht es euch? Warte, noch mal kurz stören? Ja, immer, immer Hallo? Ja, wenn nicht recht, also was zu futtern Ich hatte vorhin so ein ekliges Fischbrüche Hallo, Herr Kevin? Ja, klar, können Sie stören Klackert gar nicht Was? Klackert gar nicht, hab ich gesagt Wer klackert? Ne, das geht Wurde ich nochmal aufgerufen, weil ich ja dauernd angerufen werde Äh, haben Sie schon Ihre Bestellung bekommen? Ja Nachname war? Bachmann Ja 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 Bifi, suchst du den Kevin Bachmann nochmal? Jojo Super Ne, weil mich grad noch jemand angerufen hat, dass das da um meinen Namen gerufen wird Ich wollte nochmal nachfragen Ne, wir rufen nicht zurück Ja Das ist schon schönen Abend Gleichzeit Danke, das Gleiche Hier ist ne Junge Als wir den Katalog aufgemacht haben Da war da die Hölle Glaub ich Ich war vorhin ins Quartier, da waren noch mehr da Schön, du interessiert mich nicht, weil laberst mich voll Ich dachte, ich überfahre die mit dem Auto Das war ganz schön gefährlich Hm? Hm? Wo quietscht das Scharnier? Hm? Hm? Oh man Hast du deinen Vater schon angerufen? Hast du deinen Vater schon angerufen? Hm? Das, ähm Ja, eine Möglichkeit Stimmt, der Katalog ist da Ich muss meinen Papa anrufen Ja, ja, ja Ich hab gesagt, wenn der Katalog da ist, dann Stimmt, stimmt Oh, hoffentlich geht er ran Hallo Toxic Hype Hallo Chat Tag Papa Weißt du was? Ich weiß es schon später seit müde Der Katalog ist da Aber Internet läuft, ich bin vollkommen zufrieden Ja, ja Soll ich mir was aussuchen? Guck mal Chat, das ist ein Derp Kommst du dann einfach wobei, bezahlst das? Ja? Hm, da muss ich gleich mal im Katalog ein bisschen rumstöbern Gucken, was ich mir aussuche Da ist der Katalog Und dann, äh, hier Weißt du wo der Laden von? Den ist am Kicker, wer laden? Ja, top Ähm, weiß er nicht, wann hast du denn Zeit? Wir sind gleich bei 70 Millionen Abprozenter Rabatt Also Wenn wir einen Masseneinkauf machen Ja, wieder Oh, warte, ist das der Langfingfang? War das Langfingfang? Ja Langfingfang, ja F4D6 Oh, Muffin, hör auf zu Digga, das ist nur Quatschen, Alter Ja Muffin 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 Alles gut Ich danke dir Gute Nacht Gute Nacht Da hast du Schlüssel? Äh, äh Okay, ich mach auf Oh, hier kann ich ihn nicht ausmachen Jo, Kämpfels Jo, Kämpfels Jo, Kämpfels Jo, gern soll ich mir bewusst zum Laden Rein mit dir hier im Laden einfach Nein, ich darf jetzt nicht mehr Beutel und schreien Ich krieg wieder Ärger von meinen Schwester Diese Tasche, ey Koyomi, das äh Ich hab keine Familie und das Hallo Hallo Der Papa kommt gleich und er kauft ganz viel ein Ja, gut Ja, ja Oh, Mann Kann man bei euch auch eine Spezialbestellung aufgeben? Was meinst du mit Spezialbestellung? Ja, zum Beispiel wenn man ein Trikot von jemand anderem feiert oder so Nee, auf gar keinen Fall Aber du kannst uns sagen, was du für eins möchtest Und wenn sich ganz, ganz viele dafür melden, dann können wir gucken, ob wir machen können Ja So, der hat die Zeit, dann Der schon mal Ey, lass mal keine Bestellung mehr für heute annehmen, oder? Guck mal wie spät es ist Ja, was du denn, Joga, Alter, wir ziehen komplett durch Ja, okay, Digga, ich geh auf jeden Fall gleich pennen, ne? Ich muss morgen wieder früh raus Achso Ja, warte, wir besprechen das gleich Hallo Weil wir haben noch ewig viele Bestellungen vor uns, also die Liste ist lang Entschuldigung Und noch mehr, Alter, das wird übelst krank Ja, dann machen wir das morgen Ja, dann machen wir das morgen Ja, besser ist das, ne? Wie du sagen, Digga Weil jetzt haben wir auf Freitag, Digga, Freitag auf dem ganzen Tag Kannst du das verkaufen? Digga, fahm ich doch mal so, warte mal Digga, warte mal Digga, erzähl Hey Digga, das ist morgen Ich weiß nicht so, morgen Digga, weil das Es kann sein, dass problematisch wird Dönerstag Ja, ob da egal Oder was ist morgen Digga, warte mal Was ist morgen für den Tag, Digga? Was? Morgen Morgen, morgen Morgen, morgen Ja, da kann Problematisch Vielleicht nicht da sein, Digga, aber Ja, Digga, aber es macht uns ganz gut mit Fähne, Digga Fleift Mila auf, ja, aber vielleicht auch nicht, aber der Fähne ist auch ganz gut, Digga Es hilft doch mal ganz anders Also, Digga Es hilft ja mal ganz anders Ja, klar, Digga Warte mal, Digga Dann machen wir jetzt langsam los, weil ich die Leitstelle beenden, was? Ja, wenn nicht Ja, ich sehe schon, das ist fresh Damn Ja, das Wetter, das haben wir aber noch nicht Ähm, der Beatty fragt, wie lange wir noch machen wollen Mila, was sagst du? Ähm, ich dachte, wir machen jetzt eigentlich langsam Feierabend Oh, Digga, okay Mein, mein Papa kommt gleich vorbei Aber dann müssen wir die nächste, hatte Dann lass gleich schon, müssen wir gleich schon Feierabend machen, ne? Ja, dann holen wir jetzt noch die letzten Wir machen jetzt mal die Bestellung Und dann nehmen wir aber nichts mehr an Ja, ich hab schon an der Stelle abgegeben Dann lass runterfahren und die noch holen Ja, wo? Ja, was? Hallo, ah, moin Meister Mila, kommst du mit nochmal, Runa? Die letzten Bestellungen? Mhm Juri auch So, an alle, wir nehmen jetzt keine Bestellung mehr für heute an Die, äh, müssen dann morgen Anruf finden Ruhe jetzt dahinten Also wie gesagt, die Leute, die nichts bestellt haben, können jetzt warnen Äh, als nächstes kommt, äh, Joffel Jones Oh, da werden einige jetzt enttäuscht sein Oh, da werden einige jetzt enttäuscht sein Ja, mein Gott, morgen ist auch noch ein Tag Ja, aber Ich bin losa Du schnitt Eigentlich hat dich morgen was anderes geplant Nee, aber Der Laden läuft ja auch ohne dich Ich bin dumm Also wenn du was anderes geplant hast, dann mach das andere Wir kriegen das hin Ja, Digga, pass mal auf, aber ihr braucht Hilfe dabei Ja, Teller nicht Was willst du machen? Aber eine Sache sag ich Wenn Jufke nicht hilft, fliegt der raus Fliegt der raus Ja Ja, das wird schon, das wird schon Ja, das muss ich natürlich erst mit dem Chat besprechen, ne? Weil eigentlich würde ich morgen auf Peanut mal wieder zurückkehren, aber Wir müssen nur aufpassen, dass das Feature hier vernünftig läuft, Chat Ja, das ist einfach ne Tatsache Das könnte so ne Art Bennys 2.0 werden, das ist Und dann haben wir auch mit Curtis ein bisschen wieder was zu tun Sogar legalen Weg Und wisst ihr, was das bedeutet, Chat, der legale Weg Du kannst nach ner Zeit sind alle deine Straftaten auf Unity Äh, quasi werden die deletet Und das heißt, ich könnte sogar mit dem Curtis irgendwann ins PD gehen Was hattest du denn vor morgen? Oh, Mensch, ich habe mir diese Socke da mit der Kuchen, wo wir gerade gekauft haben Ja, gerne Nee Ich wollte mir morgen Dings angucken Ach Dings Das ist das Gegenteil von Boom Die Tischtennis-WM Okay Das ist dich Tennis-WM, hast du irgendwie Lacke socken oder so? Hä, morgen ist Tischtennis-WM Das ist wichtig Ja, nicht so, ich denke, ich bin da morgen auf dem Start Oder Mila? Hä, was fragst du mich? Du willst deine komische Tischtennis-WM gucken Mh, Nivsack, der Jack hat aber nochmal zwei Monate oder so warten müssen Dann hätte das wahrscheinlich funktioniert Okay Riesenbestellung? Nö, geht nicht mehr so viel Äh, Mila, willst du das für die Frauen machen? Dann sag ich nur an Kann ich machen Okay Ich brauche einmal Sweatshirt Poder 8 Sweatshirt Poder 8 Boah, das wusste ich auch, dass das gut läuft, Alter Das ist aber auch verdammt sexy Okay Ähm, Flexi-Hoodie 16 Äh, Blick ist doch Mütze 11 Warte, warte Oh ja, ja Mütze 11 Ew Äh, Pulli und Jacke 6 Boah, warum immer? Ich brauche einmal schon mal Bandannatrop-Wals Pulli plus Jacke, was? 6 Okay, aber Äh, Säcke, Jeans, 3 Armer Äh, Mila, ich brauche LED-Schuhe Einmal 26 Wart für Kick hinabgewöhnen, Junge, Alter Bei den Cops sind nur Kicker drin 26 24 24 19 19 17 und 11 17 und 11 Äh, wir brauchen noch einmal Designer-Shirt 11 Äh, wir brauchen noch einmal Designer-Shirt 11 Da ist irgendwas schiefgegangen Der hat 12 Äh, aber wir brauchen 11 Designer-Shirt 11? Äh, wann Ja 2, 2 Mal? Was ist denn da drauf? Das ist, äh, das ist ja dieses Palm-Anset-Shirt, ne? Äh, crop top 1 Ähm, ich glaub ja Das 12 ist ja das mit dem, ähm, Krokodil drauf Genau Top 1 Alles klar, danke dir Go Ja Äh, 1 Ja, Fashion-Gleis Neue 18 Warte, ich kaufe das noch Aber das steht noch in den Challenge-Shirt Aber das wär halt nicht möglich fertig Holen Sie vor noch ein NFL-Jersey von Rogers Von Rogers NFL Wie, das hat schon? Ja, das war noch nicht fertig Und dann... Also, nein, ich war fertig, ich bin fertig Ja, haben wir Ja, das war's Ja, das war's Echt jetzt? Ja, ihr habt mich unterbrochen in meinem... Leitstellen Das war aber jetzt ein bisschen wenig, irgendwie noch zuvor, ja Äh, so, Bike-Kette ist, was kommt denn nach? Äh, Fashion-Gleis Neue 18 Fashion-K... 18? Äh, und Arcade-Shirt-New-9 New-9 New-9 Ja Okay Ich hab aber nie Mord begangen oder so im RP Ich war einmal im Gefängnis wegen dem Shop-Prob Bitte schön Danke Und das ist bestimmt schon 8 Monate her Danke, das war's Jubi, ab in Feierabend Endlich Feierabend Aber jetzt rufe ich mal eben den Jackern und frag was der da die ganze Zeit macht Privatbestellung Ja Du machst da wohl nicht Privatbestellungen mit Vitamin B Dingscheiß, ne? Ne, ich mach das parallel von Leuten, die hier standen Ach, du nimmst da auch noch welche auf? Ja, ja, von... von Leuten, die mir quasi schon seit 10 Monaten auf Sack gehen Ja, aber die sollen dann trotzdem zum Laden kommen, so, ne? Äh, ja, ich hab jetzt die ersten immer rumgefahren Was die haben wollen Und dann geb ich denen das sofort Ach so, ja, alles klar Also ich fang dann nicht an Moonshot zu machen Die gucken Katalog, sagen wir Bescheid Das ist die eine vom Krankenhaus, die Mel Über die läuft das an uns, kennst du? Ne, ich keine Ahnung Das ist auch die, die mal bei O'Brien bestellen Ich kenn keine Mel Klingt so als... Ja, ja, ja Klingt schon... Ja, ja, fühle ich wirklich Ja, wir machen jetzt Feierabend, weil es ist schon spät, Beaty will pennen Wir machen dann... Das wär cool, wenn du morgen am Start bist Aber morgen wird, glaub ich, chilliger Ja Hoffentlich Äh... Ja, muss ich gucken wir auch mal Ja, wenigstens für eine Stunde, Alter Ja, ich war da auch... Ich hab grad sieben Millionen Umsatz gemacht, die Frage Sieben Millionen Umsatz hast du gemacht? Ja Oh mein Gott Ja, okay, alles klar Nur damit du Bescheid weißt Ja, ja, ich weiß Bescheid Ich bin da... Okay ... Ich singe wie ein Engel, Alter Wann machen wir Horror? Ja, jetzt die Tage, Ingol. Ja. 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 Das wird lustig für mich. Oh, ich muss nur den Opa Willi bezahlen. Ich wusste, dass du hier stehst. Hallo. Hast du gerade noch LED Schuhe dabei? Nee. Ah ja? Okay, die fehlen nämlich auch noch. Wie, die fehlen. Die sind hier nicht mehr drinnen. Dann habt ihr aber einen Fehler gemacht. Nee, also wie gesagt, wir sind jetzt nach und nach, haben Bestellung, für Bestellung nach und nach. Bye, have a beautiful time. Du kriegst jetzt das Designer-Shirt, ne? Die haben bezahlt. Ja, warte kurz. Ja, hier. Was für LED Schuhe fehlen denn noch? Die 2er. LED Schuhe 2M. Haben wir ein schnelles Auto hier? Black down, du, der ist vorhin gekommen. Hey. Geh weg, gerne. Ja. Wo ist der? Mit was für einer Karre bist du hier, Jörg? Äh, mit der Katar. Mit der Katar. Mit der Krieger. Ja, ich nehm den kurz. Warum kam nen Sub-Sound schwarzlicht? Dankeschön für den Resub um 13. Und Kekusch, äh, Peak. Dankeschön. Wie läuft der Shop? Unnormal gut. Wir sind, glaub ich, kurz vor 70 Millionen. Warum? Hallo, ihr seid. Ja, ein bisschen hilft halt so gegen die Inflation. Ja, und ist halt auch ein cooles Feature. Wenn du so lange auf dem IP-Server spielst, so nach einer Zeit, die durch die IP oder durch die Arbeit so viel Geld erfarmt hast, und du echt nicht mehr weißt, was du damit anfangen kannst, kannst du das halt quasi eintauschen gegen Klamotten. Aber durch das Feature bieten wir ja zum Beispiel Unternehmen und so, ne, auch, äh, Unternehmensschatz an. Ja? Also LED-Schuhe zwölf, männlich und zwei, ja? Zwölf und zwei. Zwölf und zwei, okay. Okay. Super. Das ganze Geld wird einfach auf den Boden geworfen und wird einfach gelöscht. Irgendwann. Zwölf und zwei. Und deshalb Dankeschön für den Prime im 11. Monat. Fast ein Jahr. Fast jetzt ein Jahr. Ihr fuhr ja aber kussi, kussi süßer Danke. Ich hab's zu danken. Vielen lieben Dank. Auf ruhig. Das Auto ist so hässlich, aber fährt so gut. Ja, Maddie, Mad, da kommen noch, da kommen noch andere Sachen. Aber das darf ich leider nicht verraten, aber einfach vorraten. Bo, 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 bo! Warte. Warte, warte, warte. Und Brutus, Dankeschön für den Prime im 8. Monat, Keikoshen, 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 Gabri und Keikoshen, Piki. Nicht euch ruhig nen Zinkpäckchen, ne? Ja, hab ich Ich hab die Tuner schon kennengelernt Wir haben auch tatsächlich, also der Jack hat das gemacht Ein Auto schon tunen lassen Für 400.000 Massaker Ich hoffe, du meintest die Schuhe für Typen, ne? Ja, 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 genau, genau Zwölf und zwei Zwölf und zwei Ich danke dir Ähm, Muffin? Ja Ich wandere aus Ja, Tata? Ja, wo bist'n du? Bei Opa Willy, den du noch bezahlen musst Wo ist'n der? Hier vorne von Laden Hallo Bist du Bint? Ja Machst Feierabend, Opa Willy? Äh, ja, wenn ihr jetzt nix mehr habt Sonst könnt ihr euch noch einen schönen Abend Äh, boah, lass mich mal grad rechnen Zwölf, hatte ich glaube ich Wie viel ist das? Das sind ja nur ein paar hundert Meter Äh, tschö, tschö Komm, ich mach einfach mal Ich berechne mal zwölf Kilometer Wären 3.245 Der Taxi kriegt 3.500 Dollar Wie viel Trinkgeld geben wir an dem? Ja, mach gut Such den Trinkgeld für den aus, dafür dass der uns ganz schön ausgeholfen hat Also mir geht's gut Ähm, was Such dir einfach irgendwas aus Ja, mach den jetzt nur nicht zum Millionär, Alter Ja, weiß ich nicht 10.000 oder 25.000, ich keine Ahnung Ja, mach 25.000, scheiße Ja, das ist alles vom Freund Der Rest ist vom Freund Der Rest ist vom Freund Ja, ja Haben wir so ein paar zu Katzenohren? So, so ist das ja, ne? Ha? Ich mach meinen vollen No-Katzenohren, ne? Ja, die Katzenohren hab ich von O'Brien Ach so Und das Top auch Und die Schuhe, die ich jetzt schon hab, hab ich auch von O'Brien Kannst du meinen vollen No-Katzenohren, bitte? Okay, ich geb dir alles, ja? Okay Ich hab so viel Ausstelle Äh, okay Viel Spaß, wir sollten uns auch so ne Das ist dein Scheiß-Kammerkken Nee Ben Lorde Wo ist Ben Lorde? Hey, wenn ich verstehen darf Äh, irgendwer von euch Faye? Ben Lorde Sieht mir gut, Ben Lorde, rein mit dir Weil die junge Dame wollte was nachfragen War deine Kannst du aber bei Mila, Mila arbeitet auch hier So Easy Was denn? Ähm, die Jordans gibt es Die sind unisex, die gibt es auch für Frauen Die, die du hast Echt? Ja klar, hat sie doch einen Fuck, geil Damn Damn, fuck Aber Wie kannst du find these? Die Frage ist wegen der Farbkombi wahrscheinlich Ähm, ne, genau die Äh, nein Ach, scheiße, diese gelb, ne? Gibt es die auch ohne irgendwie ne Farbe? Guckst du im Katalog? Ne Gibt, äh, noch blau Aber das ist so Mit wenigster Farbe, die ich gefunden habe Weil ich such auch ganz weiße Ja, die kommen wahrscheinlich eben hier Ja, weiß mit Graus, okay, aber Kommst du bitte? Raya, irgendwas Äh, die, 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 die Jordans für den nächsten Karton Raya, kannst du mal reinreißen? Kann man die in weiß bestellen? Wart für eine komplett weiß? Äh, äh, mit? Ja, für den nächsten Kannst du ja auch Sexgöttern nennen Ja, komm Was willst du sagen? Jordan ist komplett weiß Ja, mit denen Ach, hi, Juri Warte, Jordan Äh, eigentlich können wir Einen von jedem Paar Einmal ein weißes Paar machen Komplett in weiß Ich will mal eben kurz das Formular Für die Kreditanmeldung Also, ich find Die, die sie anhat, ganz geil Nur eben halt ohne Farbe Ohne gelb Oder blau Oder Ja, haben wir Noch nicht Die fände ich Richtig nice Wenn das gehen würde Ja, also wie gesagt Das ist so Das wenigste an Farbe Was wir momentan haben Aber dann kommt ja bald Hoffentlich was Ja, ich kann so lange Wir können die auch zum Leuchten bringen Also Nee Nee, nicht Leuchten Da komm ich mir immer vor Wie so ein Kindergarten Was zum Kindergarten geht Weißt du Mit dieser blickigen Spänze Ja, glaub ich Das ist noch ein bisschen Rucksack Außerdem macht, äh, Juri Autos Also, die, die Transporttasche Die finde ich, äh, Sieht schon wild aus Ja Ja Ja, aber die gibt's nur für Gewerbe Genau Wahrscheinlich für, äh Für, äh Ja, genau Ne, okay Super viel passt Äh, die, die Bauchtaschen Die kommen wahrscheinlich auch später erst, richtig? Wir haben schon welche da Leider ist da nur ein Produktionsfehler dran, ne? Ah, okay Und wir wollen die nicht rausgeben Und dann kommt jemand und beschwert sich Ja, das stimmt Ist das auch mit den, äh, Rucksacken für die Frauen? Nö, ne? Mh, welcher Rucksack? Den Turmbeutel? Ja, genau Ne, 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 den verkaufen wir Hat Mila ja auch an Ja Halt die Klappe Luca Er hat so arm bei euch, Mann Haha, das ist der Plan Ja, hab ich mir schon gedacht Haha Ähm Wenigstens heult dein Konto noch nicht Nö, mein Konto heult nicht Ähm Ach, der Sportbeutel 8, ne? Mhm Ja Musst aber eine Leitstelle bestellen Ja Und ich glaub, wir haben jetzt zugemacht Ja, genau Ne, alles gut Ja, morgen, morgen Eben Da war ja extremst viel los Morgen Unter den Nachtetag Unter den Nachtetag Unter den Nachtetag Unter den Nachtetag Mhm Ich werd auf jeden Fall ganz viel Geld Nur vielleicht in ein, zwei Wochen, so Da müsste man aufpassen Wieso? Ja, weil wir nicht unendlich Bestand haben Okay Da kann es dann vorkommen, dass Sachen sold out sind So, damit sind alle Bestellungen fertig Und dann noch schönen Abend bestellen sie morgen Ja, lang schön Dankeschön fürs Kommen Und Dankeschön fürs Geld Auf Wiedersehen Haben wir noch Job? Ich glaub Ich glaub nicht Gerade nicht Komm ich denn hier Wo ist denn das scheiß Ding? Hier ist das Lager Was brauchst du? Ah, LED Schuhe haben wir noch Oh, lass mal das Warte mal Hier Das war die einzige Frage Frag mal draußen Einer, ob er einen Designer Shirt kaufen will Also Äh Geh weg Obacht Zuhören Will einer ein Designer Shirt kaufen? Wir haben hier noch eins, was liegen geblieben ist Deiner Ersten Gibt es riesen Ja 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 Paul im Einzel In Schwarz Mit Kokodil drauf Biggie hat angerufen gehabt Und Muffin meinte es würde klar gehen Ist ja nicht angerufen worden Oh Ja wir haben jetzt Also Fruder könnt ihr morgen bestellen Ja 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 Wir sind Wir sind Ich Ja Ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann können wir anstatt den Werkstätten ein Unternehmensshirt Overworlds geben Deshalb würde ich sagen, können wir machen Dann kriegt der Frank für die Tankstelle da auch Ja gut, dann können wir da, ist dann halt ja nur andere, ne, anderes Design drauf Ne, das kannst du eben nicht machen, weil die Overworlds nämlich auch hier Stangenlinks verkauft werden Du müsstest, ja doch, du müsstest quasi die Lizenz für das Design holen und dann nochmal, ne, du weißt, was ich meine Ja, lass mal Ja, 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 aber können wir machen Mit LSC, dann soll sich noch ein bisschen gedulden, sind gerade am Arbeiten drauf Ja, ich hab denen einfach gesagt, ich geb das weiter und dann Achso, ich hab hier, das Casino will auch Kannst du mich nach Hause schon fahren? Ja, Moment, eine Sekunde Das Casino will auch irgendwelche Klamotten bekommen Ich hab gesagt, geb ich weiter, aber wenn wir uns nicht melden Ja, die kriegen Unternehmensshirt, die brauchen nichts anderes Unternehmensshirt Ja, brauchen, müssen sich halt nochmal melden, Zwecks Design und so weiter, ne Ja, alles klar Oder Logo, Firmenlogo, wie auch immer Ja, dann sollen die sich bei mir melden, ich melde dich bei denen, ich hab dir gesagt, die sollen nochmal melden Naja, dieses komische Casino-Ding, das gibt's eigentlich so schon, aber ich glaub, das haben wir Ja, ja, haben wir Ja, okay, Mila, komm Okay Ich hab jetzt ab Ich hab jetzt ab Ich hab jetzt kaputt Ich hab jetzt geschlafen, Ui Ja, warte, kannst du mich zum Park mitnehmen Ja, ja Verracht Geschlafen War gut Wir haben mit einem Moppet durch Deutschland gefahren Bei uns war zum Beispiel über der Dä- Wir müssen noch ein Auto von uns holen, ne Nicht, dass das hier wieder davor steht Ja, wir fahren zum Park Was machen Sachen? Ich geh spen, also wir gehen pennen Geht das schlafen, okay Gut, ne, ne, der kommt dann morgen, alles Jo, die haben gerade ein wichtiges Gespräch auf Arbeit Ah, sehr gut, sehr gut, alles klar Bis morgen, Ando Dann, Jo, bis morgen, man, Peace Wir nehmen jetzt gleich die andere Caramel, Mila Von mir die Okay . Hm, tittier, wir gehen ... ... ... ... ... gonna ... ... ... ... ... Ah, nicht mehr im Park wohnen. Geil. Geil. Ein schönes Haus haben. Geil, geil. Ich hab endlich was gefunden. Ja. Oh, nice. Hier, direkt über der Highschool. Ist dein Auto hier? Ja, steht hinten an der Karte bei dem... bei Cody Söckung. Ah, da ist der Testliga. Ja, gab nichts anderes. Ich war noch auf meinem Benz. Importieren, importieren. Ja, mach ich dir auch. Bis morgen, Uri. Ja, haust du rein. Tu. Wir können jetzt entweder die Karre nehmen oder den Schlagen, sag du was. Ja, dann lässt du den Schlagen nehmen. Okay. Bruder, GTA Online hält sich nur über diese Scharkerze. Es gibt tatsächlich Millionen von Menschen, die da Geld ausgeben dafür. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay, der Yuri ist eingepennt. Ja. Wir waren nicht mal beim Cody was essen. Ja, das stimmt. Müsst du morgen liefern lassen. Ja, stimmt. Mh. Hast du gesehen, ob du auf dem Konto haben? Ja, hab ich dir gesagt. Du Vogel. Ach so. Toll ihn mal. Du wolltest nie. Aber letztens habe ich beim Cody einen Burger gegessen, aber einen Fußnabel zu nehmen. Eigentlich wollte ich mich beschweren. Aber? Wenn ich mich da wieder beschweren, dann fängt er wieder an zu heulen und macht seinen komischen Genicktrick. Genicktrick? Ja, achte mal auf sein Genick, wenn der einen Burger zubereitet. Zubereitet. Okay. Ich guck, ob jetzt wieder ein fremdes Auto da steht. Er rass sich aber aus. Nicht auf den gesunden Asen. Moment, leckerer. Das war mir. War mir. Nein. Nein. Ich gehe nur mal kurz in den Pool pinkeln. Okay, viel Spaß. Äh, die Schuhsohle. Dankeschön für den Prime Sub im dritten Monat. Hardy, machst du den Burger Shot? Oh, das gibt Ärger im RP. Das gibt Ärger. Nein, fuck. Jetzt bin ich nass. Ei, ei, ei. Chat, wir machen Hayabubo jetzt. Morgen. Morgen. Ab 19 Uhr. Morgen. Aber du kannst doch gar nicht in den Laden rein. Beim Burger Shot. Der ist doch gar nicht ausgebaut. Doch, wir müssen Schluss machen. Ich wollte nur Shorts die machen. Ich wollte nur Internet gucken eigentlich. Hallo, Herr Berg. Oh. Wee, 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 wee. Und tschüss, Herr Berg. Ich wollte eigentlich nur Internet testen und kurz mithelfen beim Klamottenlegen. Danke für den Kurztremen. Immer gerne, immer gerne. Ist ein bisschen stressig gewesen, aber trotzdem. Anscheinend läuft wieder alles. Ich freue mich. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und danke für den Support. Danke, dass ihr beim Shortstream dabei wart. Wir sehen uns zum Morgen ab 19. Aber ich twitter noch mal vorher. Okay? Bye-bye. Gute Nacht. Ah, warte. Hä, beim Tag klingelt immer nur das Telefon mit meinem Namen. Was ist denn da los, Junge? Äh, ich hole es noch zum Tag rüber. Seid lieb, okay? Bye-bye. Gute Nacht, Chat. Bye-bye, 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 bye-bye. Morgen, bye-bye. Bis morgen, bye-bye. Küssi, küssi. Bye-bye, 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 bye-bye.